Wenn ihr noch günstige Coins zum Team of the Season braucht, dann checkt auf jeden Fall mal meinen Sponsor What's Gaming ab. Einfach eine WhatsApp-Nachricht an die eingeblendete Nummer schicken und dann geht's schon ab. Hi bis 4 und jetzt viel Spaß beim Video. Holy shit, ich muss Emotionen zeigen. Ich muss das zu Top 5 Pack-Reaktionen von der Spiegel einstellen. Die kenne ich zwar noch mehr, aber ich habe gehört, die machen sowas. Stark. Herrlich, ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich bin richtig gehypt. Nintendo YouTube mit dem ersten Loot. Nicer Stream hast du? Skype. Ja, habe ich. Und FIFA Skiller hat noch, kennt ihr den FC-Base? Ja, ich denke, kennt jeder von uns. Und Rille Robin oder Julius? Achso, du hast das gleiche nochmal gefragt. Alles klar. Okay, noch 20 Sekunden, Julius. Bist du bereit? Bei 10 Sekunden. Okay, bei 10. 15, 14, 13, 12, 11, und go. 10, auf geht's. Walkout. Ich habe keinen Walkout. Zwei blaue. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Hä? Ich hatte zwei blaue, aber Walkout ist Marcelo. Wow. Was soll denn da denn für Totsdam drin? What the fuck? Nein, ich brauche keinen. Ich ziehe sowieso keinen. Direkt im ersten Pack zwei Stück ist halt echt nice. Ah, das ist sinnlos. Wir fangen aber erstmal mit den 15k Packs an. Mal gucken, was da so drin ist. Oh, in Form. Okay. Oh, der von ZSKA Moskau, der ist leider Abstoß, aber in Form. Mit Tinho ist in Ordnung. Okay, der hat sogar 5-Star-Skills. Ja, der wurde geupgradet, glaube ich. Stimmt, ja. 5-Stelle-Spezialbewegung. Den Bartrauk haben wir noch am Start. Alle Hashtag-Pack-Duck in den Chat, Jungs. Walkout ist das gelassen, ey. Aber es ist 84 plus. Für wen bist du im Champions-League-Finale? 6. Hm. Na? Ich würde es abufen können. Ja, ich bin ja, ich bin auch für, ähm, Dings. Ich bin auch eher für Juve, muss ich sagen. Ah ja, hier. Okay, Süle kostet Richtung 100k sogar. Dann haben wir hier Hummels. Da gibt es einen für 850.000. Oh, nice. Ich habe Martinez gezogen gerade. Wow, heftig. Okay. Tim, Tim singen und wir steppen. Ach du Scheiße. Du musst, Tim, lass deine Gesangskünste spielen. Nee, ich will dich zu schon nicht vergrauen. Wir müssen sagen, wapp, wapp, dann deppen und dann a drücken, oder? Ja. Okay, alles klar. Oder währenddessen a drücken, ja. Also wir sagen, wapp, wapp und dann... Nee, nicht sagen, singen. Nee, wir singen, ja, wir singen, wapp, wapp, drücken a und deppen dabei. Also wenn wir bapp, wapp gesungen haben, dann... Ja, okay, alles klar. Okay, okay. Okay, okay, du sagst, wann es los ist. Drei, zwei, eins... Wapp. 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 Walk out. Ich habe walk out. Doch. Ja, es ist blau. Bitte, bitte was gutes. Es ist... Fabian. Oh nein. Warum? Warum dieser Typ? Ich wollte extra noch schnell zu dir rüber, um zu schauen, ob du uns nicht irgendwie verarschst. Oh mein Gott, ich sehe es. Scheiße. Fabian. Aber hat geklappt. Aber es hat geklappt, Jungs. Warte mal, warte mal. Ach, die Scheiße. Haha, Weltklasse, Jungs. Erster Team auf der Saison. Ich würde mal sagen 1-0, ne? So muss das. Das ist vielleicht bei der Bundesliga-Totz. Doch, 50k-Pack. Oh, shit. 50k-Packs, okay, auf geht's, auf geht's. Naja, Geist, Jungs. Oh, erste, kein Walkout. Drei kleine Schnuppen. Ich kann mir trotzdem Zeit lassen. Touré habe ich getroffen. Oh, das ist nice. Wie viel hat der? Bodo noch. Burgstaller, ein Bodo. 480er-Rating hat Touré. So, nächstes Pack. Mit der Nase, Jungs, mit der Nase. Komm schon. 84er oder so. Wieder 84. Oh, Garei. Robert, Asensio. Okay, Laporte. Kein Walkout. Uh, das ist mindestens 85, 86. Rakitic. 87er Rakitic. Das ist gut. Muss man sagen. Das geht auf jeden Fall klar. Aber, naja. Komm schon. Komm schon. Und jetzt aber. Komm schon, komm schon. Jeder kein Walkout, ey. Bei 84 plus Schleppen. Garei. Komm schon, da ist jetzt einer drin. Auf jeden Fall klar. So, wir ziehen jetzt hier noch zwei. Jeder kein Walkout. Ey, das ist das fünfte Pack. Langsam kotzt mich sowas. Sowas ist so bitter, ey. Ohne Scheiß. Grüße nach Quack und Brücke. Grüße gehen zurück, Lehmens, mein Lieber. Ich hab locker schon 10 geöffnet. Echt? Oh, Mann. Nee. Nichts drin. Komm, letztes hier auf dem Account. Dann wechseln wir mal ganz schnell. Auf dem Hauptaccount. Okay, letzten. Krass. Ah, nee, nicht letztes. Okay, jetzt gibt's mal das Mistelbach-Pack, was hier gefordert wird. Was angeblich Glück bringen soll. Ich hab mir an da drin. Hey, Leute. Kein Walkout. Drei kleine Schnuppen, so viel dazu. Okay. 1000 FIFA-Points, Jungs. 10 Euro auf meinen Nacken. Hauptaccount, kein Walkout. 84 plus. Simon und Steini haben bisher auch nichts gezogen. Ja, Kane hab ich gezogen. Harry Kane ist okay. War eben mal kurz Team of the Season vor. Ich glaub, ich lass das jetzt. Danke dafür. Lieber 100-K-Packs, dann nochmal ein bisschen mehr. Ich mach noch eins, mindestens. Wieder kein Walkout. Das kann doch nicht sein, ey. Jaja, ich guck's jetzt an. Hashtag-Rausläufer in 3, 2, 1, go. Auch kein Rausläufer. Ja, Baran. Cole, man. Das waren die schlechtesten 50-K-Packs aller Zeiten. Ohne Scheiß, Alter. Das ist wirklich eine absolute Frechheit. Okay, ich zieh noch ein letztes, ein letztes. Und mach die... Ne, mach die Augen nicht zu. Ich zieh's einfach scheiß. Ich auch. Wieder kein Walkout. Auch kein Walkout. Und drei kleine... Und drei kleine... Alter. Ich hasse mein Leben, ey. Das ist doch nicht der Ernst, oder? Ohne Scheiß. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Schreib's auf jeden Fall rein. Ja, es war eh nur ein Dreckspack, Jungs. Es war nur ein Dreckspack. Let's go. Zweites Pack. Auf geht's. Walkout, Jungs. Es ist ein fucking Walkout. Komm schon. Komm schon. Und es wird nicht blau. Was? Ich hasse mein Leben, ey. Ich hasse mein Leben. Keine Flagge, Migitarian. Pass auf. Es war so klar. Es war so klar, dass wir diese Scheiße ziehen. Und Leon ist gerade im Chat. Grüße. Leon ist gerade im Chat. Leon, Grüße geht raus. Es tut mir leid, aber Migitarian, so schöner ist, Jungs, so schöner ist, er ist einfach nichts wert. Belastend, Alter. 6.000 noch verbleiben. Letztes Pack jetzt auf dem Account. Und wieder kein Walkout. Oh, in Form. Wenigstens in Form. Linker Flügel. Esha, Worry. Nice. 86er. Der ist geil. Da muss ich sagen, da bin ich zufrieden, ne? Ja. Und Piqué und Company. Also, das Pack ist nice. Das Pack ist richtig, richtig gut. Was kostet El-Shawari noch? Natürlich 30k nur noch. Holy shit. Okay, wir fügen alles dem Verein hinzu. Alter, das Pack war echt unordentlich. Ich glaube, ich glaube, das Pack war echt gut, ne? Oh, größere Standstelle, Nubel 84+. Schade, schade. Schade, schade, schade. Unfassbar. Liebe deine SPC RTG, viel, vielen Dank, mein Lieber. Moin, moin, Smexy. Alles fit. Wie viele Tots hast du jetzt gezogen? Souverän nur einen. Dominik, nur einen einzigen Team of the Seasen. Sinnlos. Sinnlos. Auf geht's. Ab geht's. Nächstes Pack. Premium Godset. Auf geht's. Komm schon. Walkout. Jungs, es ist ein Walkout. Walkout. Jungs, bitte. Blau. 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 Komm schon. Komm schon. Deutschland. Innenverteidiger. Hoffmein Süle. Jungs, es ist egal. Wir haben den Walkout. Blau. Boom. Boom. 89er Süle. Sehr geil, Jungs. Ja, Mann. Ha. Endlich der Zweite. Gut so, Jungs. Ha. Geil. Geil. Absolut nice. Kann man auf jeden Fall machen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja. Endlich mal. Packlack ist da. Sehr geil. Wieder mit der Nase, Jungs. Oh nein, wieder nicht. Oh, in Form. Ah, scheiße. Das kann ja nicht Reus sein. Ah, Osako. Aber in Form, Jungs. Geil. Packlack ist da. Nice. Nice, Jungs. Oh, und Toprak. Gutes Pack. Das Pack ist echt gut, ey. Muss ich sagen. Gefällt mir. Team Packs reichen. Ja, ja. Ja, kann man machen, ey. Luck, Luki. Was heißt du? Auf wen hättest du ein Champions League Finale? Definitiv auf Juventus. Ja, Jungs. Ja, ja, ja. Nummer drei, Jungs. Nummer drei. Komm schon, Junge. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Deutschland wieder? Nein, nicht wieder Süden. Vomace. Vomace. BOOM. Boom. Geh man. Pow. Das ist ein Matsumen. Jungs, dieser Matz! Ulbeck, siehste, geht doch! Halt dein Maul! Haha, geiler Typ! Ja man, Jungs, halt in den Chat! Fehlen einem manchmal die Worte und das wird mir definitiv jetzt auch so gehen, jetzt nach dem Stream. Wow, geil! Fast 43.000, ey, geiles Gefühl, Jungs! Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank! Wir können ja mal gucken, ist vielleicht noch jemand wach? Vielleicht ist Pato noch wach? Vielleicht können wir Pato noch mal raiden? Du weißt genau, Pato, geiler Typ, hat es genauso verdient. Der ist zur Zeit extrem im Hype und den Hype muss man mitnehmen und deswegen... Ich guck mal, ob er noch online ist, ich weiß es nicht. Ja, Pato ist sogar noch online. Jungs, haut noch mal ein Hashtag supersteif für Pato raus, Jungs! Haut noch mal ein Hashtag supersteif für Pato raus! So, wartet Jungs, wartet Jungs, ich packe euch das auf jeden Fall rein! Und wirklich, alle die noch da sind, geht wenigstens noch einmal kurz zu Pato und sagt einfach, komm, Hashtag supersteif und fertig aus! Ja, fertig aus, mehr brauchst du nicht! Versucht ihn zu unterstützen, lass ihm gerne ein Like da, lass ihm gerne ein Abo da, unterstützt ihn, wo es geht! Und ich mach jetzt mal ganz kurz Musik aus, ich probier's mal, den noch irgendwie rein zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wartet kurz, ich bin da noch nicht so geübt drin in dem ganzen Zeug. Wartet mal, so, Team Seko ist auch am Start. Ich mach hier mal den Ton an, so, ich glaube das müsste jetzt so passen. Wartet kurz, ja. Haut einfach mal wirklich alle in Hashtags supersteif raus! Vielen, vielen Dank Jungs! Danke, danke, danke! So, let's go! Ich bin raus, immer so weit und sexy bleiben! Vielen, vielen Dank, ich bin schmachlos wie immer, wir streamen mal überragend! Danke, danke! Herz geht raus an jeden von euch! Euer Chris und... Ciao! Macht's gut! Sehr gut! Und dann? Untertitelung des ZDF, 2020